Gut. Hier kommst du mit der Axt voran. Stahl schmutz noch. Meinst du nicht, in der Zwischenzeit könntest du vielleicht dich mal um die Drudgell kommen? Ich kümmere mich gerade schon um die Burrows hier oben. Achso. Fisch, hallo. Glaub so viel Burrows brauchen wir gar nicht. Hm, naja, da fehlt... Ach nee, halt. Ja, stimmt eigentlich. So viel braucht man da nicht. Da wird ziemlich viel dann weiterverarbeitet. Ja. Irgendwie lohnt sich's doch gar nicht, für sowas noch mehr alles zu machen. Doch, passt doch hier perfekt rein. Die eine Wand hier, die eine Seite der Wand. Ja, momentan, aber später... Da wird das alles doch direkt weiterverarbeitet. Was? Die ganzen Sachen, die hier anfallen. Hä? Flint, zum Beispiel. Ja, die kommen dann eben an die Wand dahinten, aber jetzt hier die ganzen Broken Sachen... Ja, die Broken Sachen, die müssen dann nach unten geleitet werden, ja. Puff. 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 Ich überlege gerade wirklich, ob ich mir irgendeine Waffe machen wollte. Ich hoffe, eine gute will ich mir machen. Mach ich es auch. Punkt. Ich meine, du kannst deine Pfannen noch weiter verbessern. Der hat glaube ich noch 1 oder 2 Modifier. Ja. Äh, ich glaub nicht. Außer wüsste ich nicht, wie ich die noch verbessern kann. Hm, Vampirismus? Äh, mit welchem Item geht das? Mit den Willard-Bones. Mit den was? Mit den Willard-Skelet-Knochen. Ach, Necrotik, meinst du? Ja. Ah. Wir hatten diesen einen... Wir hatten diesen Tool-Tisch mitgenommen. Wo ist der hin? Der steht hier neben der Smell-Jury, in upgradeter Form. Ah. Ach stimmt, ja. Aber das ist Necrotic, das ist dann nicht, ähm... Oder ist Necrotic? Vampirismus. Nein, nicht schon. Frag Markus, der hat das Buch, glaube ich. Hm? Ich weiß nicht. Ich schau nochmal nach. Hab ich das Buch selber gerade gehabt. Achso, okay. Es steht da ja nicht alles drin. Necrotic ist der Bone. Ich weiß. Äh, jedes Mal, wenn ein Monster gehittet wird, heal er dich. Also doch. Ach, hier steht's ja doch. Ach, mit dem Diamant? Okay, das ist praktisch. Aber lass mir noch ein bisschen was übrig für die anderen, ne? Wie? Ja, ich zum Beispiel möchte auch gerne Necrotic auf dem Schwert drauf haben oder irgendwas in der Richtung. Ja, ich... Ich werde ja nicht alles verwenden. Dann weiß ich, wie viele haben wir denn? Drei oder so, ne? Was macht hier für'n Scheiß? Waffen. Plan. Ne, ne, ich mein... Diese... diese Tube hier. Achso. Du hast ja pfeilst. Hm. Irgendwie arbeitet die verdammt langsam. Ja. Wollen wir nicht diese besseren Rohre nehmen? Da gibt's bessere? Äh, ja, ja. Naja, die Energize, glaub ich, oder so. Impulse. Oder Impulse, was weiß ich. Hm. Ja. Wäre ne Überlegung wert. Impulse-Item bleibt, ja. Ja. Äh, vielleicht liest du einfach daran, dass die nicht angeschlossen sind? Mit Absicht? Ja, grad hat er's weg. Achso. So dumm bin ich noch nicht. Der Ausdome bekommen wir auch unendlich viel. So dumm bin ich noch nicht. Wollen wir jetzt ab? Weil's zu viel dann. Jetzt geht alles wieder rein, toll. Ja, da gibt's keinen guten Weg dafür. Du könntest hier einfach umlagern, ich hab doch die Maschine hier in der Hand. Ja, du könntest hier einfach umlagern, ich hab doch die Maschine hier in der Hand. Wo gehts alles wieder rum? Da war ja nur Schrott drin. Naja, Lapis ist es demnach gar nicht unbedingt Schrott. Kannst du mal anfällst du Essen da hinten? Tut mir leid. Oh, schon wieder im Zombie-Anne. Aber den Sound-Naflon brauchtest du ja vorhin. Ich brauchte den nicht. Aber wir brauchten den, wegen dir. Hm. Oh oh, Creeper. Auf allem Superton Hoster, Spawnen, lauter Creeper. Wollte ich nur gesagt haben. Nein, hört's. Juhu, 45 Molten Steel. Wollen wir da gleich nochmal ne Ladung schon, oder? Geh mal her damit, okay. Huch. Weh. Was war das denn jetzt gerade schönes? Ja, der ist wahrscheinlich gerade weg. Den hast du die Sprache verschlagen. Ah, gute Idee seid. Boah, kotzt es an, wenn man so ein überfülltes Inventar hat. Ah, was? Kein Bob mich jetzt um die Burys hier zu kümmern. Soll irgendwer anders machen. Nein, das machst du, oder du einzig bist, der in das System reinblickt. In welches System? Das System, das du in die Burys angeordnet hast. Da, genau das ist es ja. Ich will sie wieder weg haben. Weil mich das System verwehrt. Nehmen wir doch einfach Kisten. Ja, hab ich jetzt gemacht. Irgendwie Kisten und alles irgendwie zusammen. Was los war? Hm. Router Reset? Ja, Router Reset um 33. Immer. Ah. Wusste ich nicht mehr. Sehr komisch sogar irgendwie, weil es war ja gestern nicht der Fall. Naja, jetzt sollen wir nur einmal pro Woche oder so, ne? Möglich. So, was fehlt mir jetzt genau? Vier. Hmhm. Oder noch ein bisschen was mehr. Acht fehlt mir. Haaah. Oh. Die Axt hat voll den Nachteil. Ich brauche 720 XP für die nächste Stufe. Die Battle-Axt oder wie? Ne, ne. Diese, diese Holzfülle-Axt da. Ups. Ui. Und gute Nacht. Ui. Was? Was macht Sonic Slime? Was macht Sonic Slime hier? Wir haben doch gar nicht mehr mein XP. Ach, Sonic Slime habe ich auch schon mal letztens gehabt. Die halten ja nichts aus irgendwie. Warum sind eigentlich die ganzen Viecher wieder hier? 88... ...blocks... ...steal. Yes! Krass, das ging aber schnell. Ja, wenn die erstmal aufgekaitzt ist, dann geht's riesig schnell. Kann man eigentlich schon wieder fünf Blocks rein tun. MEILELELELELELELEUL Alter ausgerechnet jetzt wo ich im Abgrund stehe, diese scheiß Spinne von hinten Hey, als ob es ausgerechnet hätten, wer... Ooooooh Geh weg Alter Welcher Trottel hat da oben keine Lichter gemacht, ey Wo oben? Da oben auf eurem komischen Haus, da Hat irgendwer die Magnum-Touch wieder abgemacht? Ja, hat er Anscheinend Überall spawned wieder Kannst du denn, dass man in die Blöcke hier stacken kann drinnen? Wie auch immer das war, stellt gefälligst du die Magnum Torch wieder hin. Keine Ahnung, ob die dann alle gleichzeitig verbrennen. Ich mach's vorsichtshalber so. Okay. Hör auf, du blöde Skelly! Haben wir hier nicht nur irgendwo eine drinnen? Wer hat die Magnum Torch mitgehen lassen? Weiß nicht, aber haben wir noch welche. Da sind noch welche. Okay. So. Plötier die mal. Hab ich doch gerade. Gut. So, wer Steal braucht, der kann sich's holen. Nice. Das geht genügend. Uuuuh. Na warte, ich mach das sogar, glaub ich, so ein Fachfilm. Haben wir das sogar. Können wir noch was anderes machen außer Stahl hier drin. Ne, ne? Ne, nur Stahl. Kann man eigentlich nochmal in die Ladung reinhauen. Ja, klar. Wenn wir schon mal dabei sind, wenn's schon mal heiß ist. 3200 Grad. Wie. Mhm. Das reicht. 3200 Grad und es wird noch heißer. Ja. Und Anu haben wir ja genug. Aber das letzte Mal hat's nicht gefunden, also nämlich Redstone. Wir haben ja da... Wir haben ja eh mehr Redstone als Aluminium, das. Derzeit. Liegt ja gar nicht. Ja, aber an Redstone würdest du trotzdem schwerer kommen, ne? Wenn wir wieder weniger haben. Wow. Wir haben noch 120 Sticks. Ich auch. Auch wenn das irgendwie grad qualitisch aussieht, aber egal. Du schläfst nämlich gar nicht. Äh, doch. Eigentlich schon. Bei mir zumindest. Das ist so, jetzt aber. Nein, ich will kein Sex im Bett. Ich ess doch nur. Das ist noch schlimmer. So. Ich bin Multitasking-fähig oder sowas. Ah, ja. Also das Binding war jetzt... Ui! Läuf! Ok. 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 So. Ok. So. Das ist diese Sehnis und Sand. Und dann die ganze Geschichte noch einmal von vorne. Au! Hast du Spaß? Ja, mehr als genug. Glaub ich dir irgendwie nicht. Ach deswegen, da ist kein Wasser mehr drin. Au! Vorsicht! Oh, ich muss schnell weg, ich hab nur noch zwei Herzen. Achtung! Nicht davor rennen, bitte! Passt doch, ist alles in Ordnung. Ich versuch gerade hier meinen Bow-Skill ein bisschen abzugraden, während du hier meine Gegner abschlachtest. Tja. Der Bogen ist doch unglaublich inkonsistent. Der Bogen hat nur so viel Schaden, wie er gerade Bock hat, ne? Mhm. Fünfter Pfeil ist in das selbe Skelett rein. So, jetzt ist er tot. Der Nächste ist mit, mit Kettenrüstung. Ui, schön. Ich bin nicht so weit weg, dass die sich nicht für mich interessieren. So, damit ist es natürlich auch vollkommen eindrucksfähig. So, damit ist es natürlich auch vollkommen eindrucksfähig. Jetzt mal ein Obsidian. Einfach in die Smilejoy reinpacken. Okay. Und fort. Sehr gut. Wie? 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 Ja ja. Genau. Ja, dann wird hier Aluminium, Aluminite gekrocht. Aluminite aber okay. Ja, genau das. Ähm, sind Sie sicher, dass das Felsen zwischen Aluminium und Eisen stimmt? Ja. Okay. Also ziemlich sicher. Okay. Das Verhältnis war, glaube ich, 1 zu 3. Momentan nimmt das 2.900, also knapp 3.000 Grad gerade, ne, in dem Ofen. Alter. Und es ist übrigens kein Eisen mehr drin, was geschmeißen werden könnte. Wieso haben wir nur noch 28 Eisen? Weil der Rest geschmeißen wurde. Was? Ist alles Stahl. Ja. Für was? Für Stahl. Wo ist der ganze Stahl? Was macht hier denn ganzer Stahl? Der ist da und hier und überall. Ne, ehrlich, wo? Hier. 1 zu 3.000 Grad. Ja, nicht so. Alles geht. Alter, wir brauchen denn mal Eisen und nicht das Stahl. Hatten wir nicht unglaublich viel Eisen? Ja, das habt ihr jetzt alles zu Stahl umgewandelt. Wir brauchen aber Eisen und nicht Stahl. Das waren nur... Das waren mehr... Das waren mehr... Ja, toll. Das, was drin war, habt ihr jetzt verbraten. Ach, wir haben ja noch mehr als genug an Eisen. Ja, viel Spaß beim Weiterverarbeiten. Kann ich mal ein Pfeil in dich reinjagen? Wieso? Ja, ich möchte meinen Bogen noch upgraden. Der hat fast... Der ist fast auf dem nächsten Level. Schön. Stell dich irgendwo vor eine Wand am besten, ja. Danke. Das hast du bekommen. Äh, ich hab da vorne... Ich hab ein Knockback dran jetzt. Wow. Interessant, wenn du mal schaust, ich hab einen witzigen Pisten vorne am Bogen jetzt. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber am Bogen ist das so unglaublich dämlich. So. Ähm, benutzt die ganzen Barrels eigentlich noch? Die doch nicht, die kannst du ja haben. Will ich eigentlich gar nicht. Ich wundere so, dass du Wertviele hast. Nee, die hab ich alle mal gebraucht, aber jetzt hab ich sie automatisiert. Ah, so. War nicht wirklich effizient mit einem einzigen Barrel jetzt, aber naja, gut. Wenigstens läuft das jetzt im Hintergrund. Wer geht da? Dafür gab es alten Ducts. Hi. Ich würde grad, welches, ähm, Upgrade macht mehr Schaden? Ja. Muss ich mal kurz gucken. Wie, welches Upgrade? Ja, wie man irgendwie mehr Schaden auf die Waffe draufdrückt. Äh, Tarpness mit, äh... Mit einem Modifier, glaube ich. Ja, ich such den Modifier gerade. Äh, Slime ist, glaube ich, das höchste. Oh, ist denn eigentlich ganz innerlilischen. So war das nicht gemeint. So, so, ich mein so ein extra Upgrade dazu. Ah ja, hier. Tarpness. Ja. Mit Quarz. Neter Quarz, ja. Jo. Deswegen, glaube ich, überlege ich gerade, ob wir nicht langsam mal eine Quarry bauen wollen. Ne Quarry. Ne Quarry. Für Luft. Ne. Ne Quarry für in den Nether. Hm. Das wäre eine Idee. Äh, Laser Drill ist, glaube ich, dann besser, weil der krebt hier nämlich von... Der krebt hier in die Leere quasi und nimmt halt das Zeug von unter der Leere. Äh, klar, ging auch. Aber der braucht... Weh viel Energie? Ja, verdammt viel. Aber ich mein, wir haben ja quasi unendlich. Müssen wir halt ein bisschen mehr... Labor-Dinger bauen. Dann klar, theoretisch könnten wir das. Ähm. Braucht jemand zwei Engels Aluminate oder so? Nö. Ähm, zwei Engels? Klar gerne, ja. Nehm ich. Ja, oder, ja, dann du halt, bäh. Ob ich's jetzt, ob ich's jetzt gerade brauche, weiß ich nicht, aber ich... Ne, eigentlich, glaube ich, meine Pan of Destiny behalte ich jetzt so. Die ist zwar nicht unbedingt stark, aber die... Hat halt alles Mögliche drauf. Hm. Das bisschen Opsi lasse ich jetzt mal drin. Ich brauche eine bessere Spitzsacke, das ist wichtig, ja. Ja, meine geht auch ziemlich bald kaputt. Ne, ne, ich hab meine ja mit... Ja. Du kannst da ja gerne ein bisschen, ähm... Moos drüberziehen, haben wir ja genug da. Na, ich kann's nicht irgendwie verbessern. Keine Ahnung, wie das geht. Fehlt dir da Modifier zu, oder wie? Hm. Gib mal kurz die Axt her einfach. Lass mal schauen. Ist die hier? Die Diamond? Haben die noch? Hm. Muss gucken. Die ist halt mit Stahlkopf, also... Macht schon ziemlich gut. Ja, ist ja nice, aber... Ich möchte das mal erstmal nachschauen, so hier. So, verdammt viele Schafe. Haben wir noch grünen Slime? Ja, den benutze ich mal. Ähm... Soll ich da Moos draufpacken? Äh, wenn's möglich ist. Aber ich glaub, du musst mal ein Dia benutzen, ne? Ne, ne, Modify... Du hast drei Modifying-Klitzel auf dem Teil drauf. Aber du darfst da irgendwie nichts dran packen. Vielleicht nur da ohne? Was? Vielleicht nur er selber? Weil er der Besitzer von dem Ding ist. Daran wird's nicht liegen. Der sieht lustig aus, der Bogen. Mein Bogen gerade, oder wie? Ja, mit nem Piston vorne dran. Ja. Und eigentlich war jetzt auch... Ach nee, Moos ist da noch drin. So. Jetzt ist auch noch Moos dran. Hä, wie hast du das jetzt gemacht? An meinem Bogen, an meinem Bogen geht das. An deiner Spitzhacke irgendwie nicht. Zeig mal, wo hast du denn hier? Die Spitzhacke legt man in den Spitzhackenplatz. Und das Moos oben da, wo dieses komische Lapis-ähnliche da ist. Da kann man da eigentlich die fertigen Dings rausnehmen auf der rechten Seite. Ja, aber da muss doch irgendwie unter XP noch irgendwie Modifier Remaining oder so ein Scheiß stehen. Genau. Und die sind nicht mehr da, weil du eben hier diese versteckten Modifier mit drin hast. Welche? Achso. Da ist aber kein Modifier drin, Versteckter. Ja doch, klar. Siehst du nur nicht. Achso, die sind schon, ah, die sind schon drauf. Ah, okay, ja. Weil die noch klamm sie ist, genau. Ach, das ist kacke. Bei mir ist das anders, weil ich hab ja, ich hab meine schon auf Master, also. Hm. Hm. Äh, wo ist das Material sind hier eigentlich? Ich glaube, ich mach mal mal einen Bogen. Das ist bei mir. Äh, Bogen geht mit, ähm, zwei Tool-Rows und einem... Ja, ich weiß, ich wollte nochmal gucken, äh, was für Material ich da verwenden wollen würde. Ich gehe gerade selber nochmal kurz durch. Wie kann man eigentlich eine Slime-Tough-Tool-Rows machen? Aus... Schleim-Kristallen? Schleim-Kristallen? Ja. Schleim-Kristalls, ja. Kristallen? Kristalls. Moment. Werden hergestellt. Guck einfach mal in die Art Slime-Crystal. Achso, da drin. Okay. Slimey, matt. Okay, okay. Okay, ja, schaffe ich. Gut. Haben wir noch Deck? Tschüsschen, ja. Bautfang gerade, ne? Wollen wir doch was draus haben. Okay. Ja, da liegt auch noch eine in der Chest. Ich überlege gerade wirklich, ob ich, ähm, Lapis einfach noch an meine, an meine Dings dran machen will. Dann kriege ich da Looting drauf. Ja, mach ich auch. Ja. Ja. Aber Lapis haben wir eh genug. Glaube ich, ja, haben wir. So, mach schon was haben wir hier Schönes. Ach stimmt, Pfeile kann ich mir auch noch machen, haha. Aber Pfeile musst du jeden Einzelnen machen. Mhm. Wir gehen noch aus, ihre Bündel. Ja. 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 Ja.